so herzlich willkommen leute auf so einem weiteren video von unserem kanal heute werden wir wieder also erst mal wieder der jannik mit am start und wir werden heute wieder eine runde skybox zocken und dann würde ich sagen sehen wir uns gleich in der runde bis gleich okay leute jetzt sind wir wieder zurück in der runde ich bin auf der map cars die map habe ich ewig nicht mehr gezockt ist eigentlich eine ganz geile map finde ich kann zwar manchmal ein bisschen abpacken wenn die mit der mittel sind aber sonst bin ich eigentlich ja aber ich würde sagen gleich zum gegner und gegner was ich hier so hab was schon so komplexe gegner ja genau zu denen in der schutzzeit da können wir die gleich klatschen ja auf jeden fall es ist die erste also die erste runde am heutigen tage warte bis die zeit die combo alter so leute so macht man pvp da kommt kommt sonst das wasser ist spät ich bin da leute das schon wieder so ärgerlich mein kumpel zerstörte wieder ja leute auf jeden fall würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten runde das war ja keine erste gute runde ja bis gleich so leute wir sind in der nächsten runde hoffentlich haben wir diesmal und diesmal mehr glück wir sind auf dem med pro tour ich bin wieder tank ja nicht spielt wieder assassine und das gute ich habe direkt 6 eisen bekommen ich mache mir nicht bezahlt und braucht mich zur kiste ich bin ich habe die kiste ok versteckte so aus der reihe also hoffentlich gibt es bei uns die kiste oder sind wir genau wieder die ohne kiste wir haben die kiste aber es hat wirklich größter aus posten einig ist vielleicht habe ich erinnert sich also leute weiter die kiste halt die schlafe was soll das alter wenn ihr überhaupt hey ja oder zirka die er für die bestehen und das mal den antworten was der machachtung kommt er auch achten da kommt zweiter leute auf jeden fall kurz ich habe zwei kürzen noch gemacht der einzelfeldung so leute auf jeden fall ein video schöne runde ich würde sagen wir sehen uns in der dritten runde und wahrscheinlich auch letzte runde für heute ist gleich so leute willkommen zurück in der nächsten runde steilung die letzte runde auf jeden fall für heute und ja wir müssen es hoffen dass ich die runde vielleicht mal zwei oder drei kürze auf jeden fall eine starke leistung finden von mir und ich schon freuen würde heute war noch nicht so also heute war noch nicht so mein day ich würde eher mehr aufs mode kommt als alle sagen so bist du jetzt nicht noch die dürfte weil es für die klatschen und so hat ja erst mal vorher ist entlang getrunken so leute so stoppen ab wollte ich euch nur kurz mal demonstriert haben hast du hast und verzaubert ich werde eine typ oder als dessen oder auch jannik was ist das schon wieder für eine aktion junge ach leute guckt euch das war das ist beim jannik immer so sobald ein markt wie für denkt er dass er wieder um durch die besiegte ist und denken dass er wieder ein auf ego machen muss geht einfach in die mitte und lässt mich zurück das ist ja nicht daran gewöhnt man sich leute dann kriegt er aufs maul so ist es heute die tage aber es würde ich sagen auch egal ja dann krieg ich ja noch ein kill ja also der 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 einer der kann das ist ja übertreibt so wie ich ja die leute ging es weil er hat auf einmal wieder voll leben gehabt aber ist egal es waren zwei kürze war ganz okay ich würde sagen heute wenn euch das video gefallen hat dann ja gibt nur noch oben keine ahnung auf jeden fall das war's für heute und ich würde sagen bis zum nächsten mal